Schön, dass Sie auf der Webseite des Leitmed Therapiezentres sind. Ich will Ihnen jetzt mal rasch unser Konzept erklären. Wir sind ja etwas Neues in Wien. Wir, das heißt Frau Natalia Brunner, die das Konzept entwickelt hat, ich, die ich meine Ordination hier habe, Ordination für Allgemeinmedizin, aber auch für Präventionsmedizin, Salatogenese, Vorbeugen ist meine Devise. Warum sollen wir erst krank werden, wenn wir nicht vorher Krankheiten schon erkennen und behandeln können? Wir bieten Vorsorgeuntersuchungen auf sehr hohem Niveau an, die wir auch um Ultraschall, EKG, Lungenfunktionen ergänzen. Wir haben etwa 20 standardisierte Infusionen für die gute Stimmung, zur Unterstützung bei Gewichtsmanagement und vieles mehr, Eisenmangel, Vitaminen, Mangelzustände. Letzten Endes wird das alles individualisiert und auf Sie abgestimmt. Ein weiteres Standbein ist die ästhetische Medizin, die wir hier in sehr guter Qualität anbieten. Das geht los mit Botulinumtoxin, mit Hyaluron, Mesotherapie, Fettweckspritze, aber auch mit unserem Laser, mit dem wir Altersflecken beseitigen können, Besenreiser behandeln können und eine generelle Hautverjüngung in die Wege leiten können. Also, liebe Damen und Herren, wenn Sie in unserer Nähe sind, schauen Sie gerne bei uns hier rein. Ich bin jederzeit bereit, Sie individuell und kostenfrei zu beraten, auf Ihrem Weg zu mehr Schönheit und zu mehr Gesundheit. Und wenn Sie nicht in der Nähe sind, dann schauen Sie einfach auf unsere Homepage. Dort werden Sie ganz vieles finden, was sicher auch für Sie interessant ist. Ich freue mich auf Ihren Besuch im Lightman Therapie Center.